Hallo und herzlich Willkommen zurück hier bei dem lustigen Spielchen mit dem mit dem Eselskopf da Servus Olufli mit dem Eselskopf Servus ich meinte zwar den Kudor aber scheißegal ja äh wie ihr seht könnt ich hab mich ein wenig ausgerüstet ich war ein wenig unterwegs hab meine Bude aufgemessert das ist nicht meine hier das ist Kudor seine und ähm ja ich hab herausgefunden was meine Fähigkeit kann ich hab übrigens meine Flaske da hinten zerstört Kudor seine ja auch wir wissen nicht ob ich die aufbauen kann äh also nicht abbauen das haben wir so gelernt ja jetzt wollen wir uns auf den Weg machen in Richtung nächstes Dungeon das geht anscheinend hier runter ich dachte mir da vorne ja es geht hier runter oder? so ich dachte mir das ist ein Dungeon wo ist er der nächste Dungeon? hier ist doch ein Kreuz hier 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 geht's auch auch runter ja Kreuz ist schon der ist der Bosn hier wo ich bin hier ist direkt eins seitdem wo ist er 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 ne schade hey da ist der Weg statt getroppt wo ja das ist mein Grunde hier ok dass man hier hoch ich bin so ich bin johol die ob es ein wenig stärker und ich habe hier eben so dass das kann ich das lesen hier ist er einfach alter Schwede habe ich meine Fähigkeit an das weiter ist das ist ein Schalter oder sowas ich habe einen Schalter aktiviert das gute ist das ist Lava ja das ging ja schnell ich habe meinen Drachen rausgehauen das haben wir sie sehen das ist ein Bogen für mich mal gucken hat das überhaupt oh ich habe Saul wie geil ist das denn guck mal ich habe hier so einen blauen Bogen der blaue Flammen hat aber was das ist aber auch cool das Teil Laterne 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 abbauen ja wo braucht jemand dann den hier wen denn was denn wie denn Bruce Dick keine Ahnung einfach mit dem wir brauchen das der für Deepcraft wo wollte ich das was ich übrigens auch herausgefunden habe liebe Leute das rote X kann man abbauen dadurch kriegt man sein schönes Dach wieder so ich würde sagen auf zum nächsten Dungeon Richtung West ich habe jetzt 1 von 3 nicht ne ich habe 2 von 3 ich habe auch 2 von 3 ach guck mal warte mal da ist da ist jetzt zum Beispiel Mob Warte 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 ich will den ich will den Mop jetzt mal natürlich ihr guckt euch alles an BOM ich hab so was gedacht das ist voll geil soll wir Richtung äh Nordwesten zum Dungeon oder äh ich würde mal sagen wir nehmen davon uns erst mit und dann ach so wo wo okay mach mal Sklave warte ich 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 beschütze dich ich hab sowieso wieder die Agro ich weiß nicht warum schon wieder ein Bogen ich dropp nur, wir würden gedroppen nur Bögen, hier für mich, aber geil da unten ist auch wieder ein Typie Hallo wir haben sowieso keine Chance bei den Typen, ne? oder hast du den Overporten Bogen? mhm das ist die Fähigkeit, die so überverwortet ist wiii ne alter ich habe jetzt vier verschiedene Bögen hier alter wo küsst aber auch grad hier, ne? oh hier das nächste, wartet doch mal sorry ah, alter ich seh nix mehr ah, das ist so'n Ding hier, hier war ich grad eben drin auch schon mal wo, 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 wo ich hab keinen Schaden bekommen ja, wenn ihr zu viel kriegt, dann sagt ihr Bescheid, dann kriegt die ein können überall stacheln user join your channel lol boop ach stimmt ich hab ja grad gemutet weil ich jetzt auch ne Aufnahme bin dupdidupdidupdi ja da ist grad weggekommen und ahhh guck mal hier richtig ahhh da 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 ui weil der einmal in die Falle eintritt ist sowieso ist der sowieso verloren der Pop da oh was ist das denn ja hat ein sehr schönes Geduld ey es 100 HP ich hab irgendeine Maske irgendeine Froschmaske oder sowas keine Ahnung und ist gut die Bögen die behalte ich einfach mal vor wenn man das Ding hier dann was ist das? ja das brauch ich nicht äh was muss man machen damit man mal seine Fähigkeiten da in die das Aussehen ändern kann du gehst auf C und dann ist ja da Face normalerweise aber wie kriegt man die Liste größer in die man das aussehen lassen kann wie jetzt? achso keine Ahnung guck mal normalerweise seh ich so aus also liebe Zuschauer warte wartet liebe Zuschauer nein 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 normalerweise seh ich so aus mit einem Spinnenkopf aber aber ich fand das hier sieht besser aus die Lernmau sieht geil aus also wir haben jetzt hier ne Froschmaske ich komm hier wohl wie bei Zelda alter Froschmaske da ist ne Maske da ist ne Maske überall Maske was hat der für komische Maske auf hier das Mock oder Radney hast du gesehen wie ich eigentlich aussehe du? malerweise seh ich ja so aus ne? oh mein Gott was ein hässliches ich bin ne Spinne sag ich doch aber ich mach das so du siehst ja eigentlich auch schon die Stats am Anfang da so wenn man nur auf das Ding drauf sieht so ja aber trotzdem was was es gibt wie ich weiß es einfach mitkommen raus more loot collection use the loot collector to gain the styles of I got ah dahinten ist ein Ding ist erz Moment wir müssen erst einmal dahin ich bin gleich da so jetzt müssen wir noch einen Dungeon machen Mavik hier Alias Kudor Holz Holz da Nix Dungeon Oh 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 ist kein hum ich mach übel ja ich habe ja auch mein das ist wichtig betätlich der hat übelste Kultorte was n watch wer auch mal vom Speck haben nanan nanan nun so nix kann aua oh oh Oh! Oh! Easy. Aua! Wir können in der Mitte durchlaufen. Ums. Warte, 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 warte! Zu spät. Ich verwahr mein Skill für den Boss, ne? Oh, yes. Alles aus. Warte, guck mal. Ums! Ja. Ja. Way, way too easy. Was ist das? Ich kann gar nicht was für die einen zu oprieren. Ist das wieder ein Bogen? Der ist schlechter. Wie sieht der denn bitte aus? Ui! Ich hab was Lidernes bekommen, ich hab grad zu oin. Ich bin Spider-Man! Wtf? Keine Ahnung. Komm wie los. Ah! Okay, raus! Wiii! So! Ah, jetzt weiß ich auch, wie man sein Haus wieder findet übrigens. Ja, das ist auch immer, mag ich jetzt. Ganz genau. La 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 la. Dass man nicht schneller sein kann, mal was das was was was. Das schiefdrücken, ne? Bombs! Der soll dein Haus einfach wieder hier aufbauen und gut ist. Bombs! Oh! ist die langsam aus wie so ein japanisches etwas japanischer hut japanische kratze wie japanisches wert auch voll cool doch irgendwie lustig aber irgendwie auch so ist mal gucken haben wir noch etwas was besser ist kann das alles auf dem Müll ja ich bin irgendwo ist ein Hausplatz für mich das kann wirklich alles auf dem Müll auch süßes spiel ist hinter mir her auch wie knudelig schon wieder ich hab ein Epic Bogen gekriegt Alter ich hab jetzt lila ich hab doch gerade gesagt ich habe Over-Lilaniss das ist viel früher aber ich hab schon von der Spinne in der Oberwelt gekriegt hab ich auch mal Dinge aber ich find kein Ding ins no das können wir nie oh mann meine Nase läuft ich hab so ein bisschen schnupfen ja eine Runde Mitleid aha fick dich kompensort ich liebe diesen Skill Alter der ist voll OP ah ich hab hier jetzt sehen die ganzen Zuschauer erstmal meine Villa Kunterbunt Villa Kunterbunt die ist ja jeder Seite jeder Seite ein bisschen anders gefärbt finde ich voll geil ok ok rein gehts in die gute Stube so Loot Kollektor wa oh ich kann so viele Bögen jetzt da rein tun mal Lolo 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 so elf Gegenstände bei ihm gibt es ein bisschen so blauen Stürmer und blauen Block so now that you have collected more styles choose another one press C then click the small icon below in the equipment slot weißt uns war auch schon das war so ganz geil aus return to the hub world by holding H then find and use the purple elite adventure portal auf geht's also he oh leggi leggi leck leck so das purple Ding ja dann das war aber zu hier ist ein Schiff hier hat jemand ein Geisterschiff wer heißt ja das kann schießen wie kann man sich auf welche Crafts oder Schiffe das sieht voll geil aus ohne Witz voll also hier ist Grün Alter wie das hier rumleckt die Fälle geht an ein Drachen ok ich bin ich wäre beim Portal aus fünf Siege in Charta das war durchgehen bist du schon aber was müssen wir machen wo bist du denn ich komme zum Portal D drücken und dann und dann und dann und dann und dann das war ja ich bin auf der dritten Etage so gesehen ja ich bin auf der dritten Etage so gesehen verfladebärchen wie du bist schon da drinnen ich bin jetzt durchgerannt Ich hab dich nicht gesehen hier. Recht komisch. So, hoffentlich sind wir jetzt auf dem selben Server und so weiter. Wo bist du? Ach stimmt. Warte, wie ging das nochmal over? Join. Ja, ich bin übrigens falsch geportet jetzt. Du bist so doof. Komm zu mir, komm zu mir! Join zu mir! Ähm, Moment. Oh. Oh, ich hab auch schon was gefunden hier für uns. Wir sind Nachbarn dann direkt. Ohoho. LOL. Du Wichser! Du hast mich wieder zu dir geportet. Oh. Ne, ich weiß hier gar nicht. So, guck mal. So, wieder klunterbunt ist wieder aufgebaut worden. Press 2 to use your ultimate power. Ach, 2 ist ultimate power. Deswegen ist das so heftig. Use it wisely. You will have to wait a bit for paper. Ja, okay, komm. Tag. Open the store by pressing N and buy something. You can get the free resource box under the pack tab. What is? Ah, free. Why? Crafting from the topmost unlocked category will increase your skill by one point. Skill up to unlock new receipts. Crafting from the topmost... I don't know. I don't know. I don't know. Wo kann ich das jetzt machen? Crafting from the topmost unlocked category. So. Open. Fünf Glimms hab ich bekommen. Ich mach mal erstmal so'n Adventure Ding hin. Ah, das Mod ist jetzt schneller oder was? Ah, das Mod ist jetzt schneller oder was? Ah, warte mal, ich hab ja noch ne Tore. Kann man fluss. Kann man nochmal auf dieses Mod einstellen können und sowas. Oh, man kann Bomben! Dingensen. Bomben kann man auch craften später. Jaaa, wenn du den Crafting-Train hast wirst. Class-Changer hab ich schon. Crafting from... Ich verstehe Skill-15 Ring-Crafting-Sponsor. Aber warte mal. Ring-Crafting. Ach, Diamant. Ich muss Diamant haben. Primordial Flame. Crafting-Material. Oh, die Brutseelen dazten. Was war das hier an dem... Wie hieß das Ding? Crafting-Material. Topmost unlocked category. Will increase his skill up to unlock... Wo kann ich das abdingsen? Wo kann ich das abdingsen? Weil bei... Farben da drunter brauchst du überall so einen Diamanten. Naja, eben. Super, bis jetzt einen Diamanten finden. Wir brauchen so einen Primordial Flame. Ja. Kann man sowas, ne? Auch einen Turf in... Shapestone... Bossmite... Was? Hier ist Wasser und alles, ne? Wie geil sieht das denn aus? Bist du? Ich bin hier bei Innos, gerade bei dem Portal noch am Anfang. So. Was sollen wir da kaufen? Ich hab's nicht gecheckt. Irgendwas? Irgendwas für free. Ja, was für free. Ich helfe grad einem. Jaaa. Jaaa. Aber wo ist hier... Was ist das denn? Base-Welt-Wüste. Sieht ganz cool aus hier. Ich hab' Wasser gefunden. Wasser kann man nicht abbauen. Das ist schade. Okay. Oha! Die sind schnell, die Viecher. Lol. Ich hab' schon wieder nen Epic-Dingans gekriegt. Ach, das ist doch ein Witz. Unglaublich. Alter! Ach, das ist... Ich hab' sogar ne Maske gekriegt. Lol, die sieht doch noch ziemlich geil aus. Hm. Die kann man nicht abbauen, die hier. Warte noch. Bis hier so ein Erzmittel weiterkommen. So was wir zusammen treffen. Ich bin froh, wenn man planen. Das muss man ja nur joinen. Aber ich seh' grad' was... Was mir sehr gut gefällt. Oh, oh, aua, aua, aua. Okay, man darf nicht in das Wasser rein. Okay. Nicht in Wasser. Das ist böse. Zum gibts also nicht. Peaceful Hills. Gibt's nicht irgendwo so einen schönen hellen Stein? Oh mein Gott. Ich hab' hier einen Lebkuchen. Der Lebkuchen will mich haben. Robotic Salvage Crafting Material. Ich hab' ich hab' irgendwelche Roboter getötet. Oder eben ist ein Large Dungeon. Ja, ich glaub' dafür sollten wir noch nicht... Komm. Die kleinen waren easy peasy. Ja, ja, klar. Aber lass' wir erstmal abwarten, bis wir die Quest dafür kriegen oder so. Alter, was ist das denn da unten? Brauchen wir jetzt aber erst... Das ist denn da riesig. Hier sind überall ganz viel Wasser. Aber Wasser ist böse. Wir brauchen mal ein Schiff irgendwann mal. Da unten ist eine Krabbe oder sowas. Ich will die Krabbe töten. Kann ich Wasser einspieren? Ich... Ähm... Krabbe? Das Crafting-Favor... So. Die Krabbe ist zerlegt worden, Alter. Doink, 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 doink. So, äh, Leute. Ich muss auch hier mal wieder unterbrechen. So. Und würde sagen, wir treffen uns auch beim nächsten Mal. Alter, ist das eine geile Butze. Wir treffen uns alle auch beim nächsten Mal erstmal wieder. Und würde dann mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Utah